Die Enz-Kreis-Rundschau wird drei Jahre alt. Allen Grund zu feiern und ich feiere natürlich mit, ganz klar. Jeden Monat auch meine Kolumne übrigens mit dabei. Also wer mal reinschauen möchte, würde ich mich sehr freuen. Und ich wünsche natürlich der Enz-Kreis-Rundschau noch viele, viele, viele weitere Jahre. Und alles Gute. Happy Birthday!